Es hat ja eine gewisse Tradition, hier kurz auf dem Mastertreffen von dem zu berichten, was uns gerade beschäftigt. Ich freue mich über die Gruppe den ganzen Tag über schon. Ich freue mich über die Verbundenheit, die ich immer spüre an den Tagen Mastertreffen und auch Master Curriculum, was ja gerade zu Ende gegangen ist, die Verbundenheit zwischen euch, die Verbundenheit uns gegenüber. Und auch diese Begriffe wie Heimat und Tankstelle und Expertenrunde, das ist einfach toll zu sehen, womit wir hier verbunden sind mit euch. Es gibt jetzt... Ja, es ist nicht so meine Art, mich laut zu freuen, aber ich freue mich trotzdem. Das war schon ziemlich laut, genau. Also ich glaube, ich erzähle jetzt keine Sachen, die ihr noch nicht gehört habt oder die ihr noch nicht gelesen habt. Wir versuchen ja immer viel von dem, was wir machen, auch zu kommunizieren und zu streuen und trotzdem ist es vielleicht ganz gut, nochmal kompakt zu hören und zu sehen, was uns gerade beschäftigt. So, diese Folie kennt ihr. Das sind nach wie vor unsere drei Säulen, in denen wir uns bewegen. Wir machen Weiterbildung. Wir sind ein Lernort nach wie vor. Das ist dieses große Feld Professionalisierungsakademie. Wir machen viel Netzwerkarbeit, wie auch diese Veranstaltung hier. und wir machen Angebote für Entwicklungswerkstätten, für Entwicklungsarbeit. Da komme ich gleich noch dazu. Also das sind so die drei Felder, über die wir jetzt immer wieder gehen werden, wenn wir uns angucken, was uns gerade so ausmacht. und das zeigt sich ja auch in der Navigation unserer Website. Was da immer noch dazukommt, jetzt ist neuerdings ist diese digitale Ebene, die digitale Form des Campus. Da gehen wir gleich auch nochmal später darauf ein, wo wir mittlerweile ganz bewusst in so eine Anreicherung gehen. Wir werden nach wie vor Seminare in der Face-to-Face Variante machen mit Menschen vor Ort und machen aber die digitale Anreicherung über den Campus. Unsere Themen kennt ihr, die nach wie vor erfreulicherweise und sehr rege nachgefragt werden. Die Teilnehmer schätzen die Arbeit, die Teilnehmer schätzen die Themen. Und diese, wir haben auch natürlich immer wieder mit der Frage zu tun, gibt es noch andere Themen, die wir besetzen wollen. Das tun wir in Maßen, aber glaube sagen zu können, dass die Teilnehmer mit dem, was wir anbieten, nach wie vor sehr zufrieden sind. Und wir hatten jetzt einen Orientierungstag, wo 14 Leute von 14 sagen, sie kommen aufgrund von Empfehlungen ans ISB. Also das, was wir machen, wird weitergetragen und ist unser Hauptinstrument. Oder über 90 Prozent der Teilnehmer, die neu zum ISB kommen, kommen über Empfehlungen. Die klassischen Curricula kennt ihr. Systemische Beratung, systemische OE und Change Management, systemisches Coaching und Team-Entwicklung und systemische Beratung für Young Professionals. Die zwei hier, die sind neu. Strategische PE und Lernkultur, wo auch der Volker mit dabei sein wird. Also ein Curriculum speziell zum Thema Personenqualifizierung, Lernen in Organisationen als eigene Programmatik. So mit dem Stichwort Arbeiten und Lernen gehören in Zukunft noch enger zusammen. Da haben wir ein eigenes Programm draus gemacht, was im Sommer angelaufen ist. Und wir arbeiten gerade daran, so Transformationsbegleitung im digitalen Wandel, haben wir das mal genannt, vielleicht eher eine Seminarreihe, als jetzt gleich ein ganzes Curriculum aufzubauen zu diesem Thema. Wie gehen wir eigentlich mit diesen digitalen Themen um und wie können wir das aus Berater- oder interner Sicht transformatorisch begleiten. Ich gehe da jetzt einfach mal schneller drüber, weil das Sachen sind, die sind euch geläufig. Dann so kleinere Sachen, einfach damit ihr nochmal diesen Überblick habt, bevor wir dann zu anderen Sachen kommen. Kleinere, also drei-Tages-Seminare, die Art of Change, die Art of Life, Genius-Seminar mit dem Wolfram. Der Wolfram ist ja dabei auszuscheiden aus der lehrenden Rolle, da komme ich auch gleich nochmal zu. Und wir haben dann mit ihm gesagt, lasst uns doch ein eigenes Drei-Tages-Seminar nochmal zu dieser Genius-Arbeit machen, für die ihr auch sehr stark steht. Karriere-Coaching, agile OE als Drei-Tages-Seminar. Nächste Woche hier in diesem Raum wird unser erster Executive Circle stattfinden. Das heißt, wir haben jetzt lange daran gearbeitet, da eine Gruppe anzusprechen und wir haben wirklich eine hochkarätige Gruppe zusammengebracht. Die Irma wird ja da auch dabei sein im dritten Modul als Lehrende. Wir machen es wirklich in diesem Rahmen und wir haben Vorstände, Geschäftsführer jetzt erreichen können und starten zum ersten Mal mit dieser Gruppe. Mit einem Generalsekretär von einer großen Volkspartei sind wir auch noch zugange, den uns der Hanno vermittelt hat. Also ihr seht, wir sind da auch sehr individuell beratend wirklich tätig gewesen. Es hat sich einfach für mich gezeigt, diese Gruppe kriegst du nicht durch Aussendungen und Mailings. Die musst du sehr situativ, persönlich ansprechen und dann auch an ihnen dranbleiben, weil die dann sagen, ja, ich würde das schon gerne machen, aber dann geht es natürlich unter in den tausend Themen, die die haben. Corporate Change Communication, also ein Korrektum zur Veränderungskommunikation, werden wir nächstes Jahr in einem kompakten Format wieder anbieten, zweimal drei Tage. Das Masterprogramm ist jetzt gerade geendet im Oktober, wird 2021 wieder angeboten und was gerade stärker, wirklich sehr stark im Vergleich zu früher angefragt, wird es in Inhouse-Curricula, also interne Programme, wo eine Company sagt, wir haben hier 10, 12, 16 Mitarbeiter, Führungskräfte, wir würden die gerne intern im Haus, in Coaching, in Change-Kompetenz, überhaupt in systemischer Beratung oder systemischem Grundwissen qualifizieren und das sind einige Programme, die da zumindest mal angefragt werden, manches kommt auch tatsächlich dann zum Tragen, anderes ist dann noch pending und dann gibt es noch unser internationales Joint Venture mit dem Gießen, dem indischen TA-Kollegen von Bernd, der ja Anfang des Jahres ein Systemic Dialogical OD oder Organisational Change, wie es jetzt mittlerweile heißt, Curriculum gestartet hat in Indien und ich habe euch da nochmal diesen Banner da mitgebracht, der macht dann immer so lustige Grafiken, so diese zwei Berater mit so einem Raketenantrieb hinten auf dem Rücken. Das macht er hauptsächlich, also das macht er für seinen Markt, den er viel besser kennt als wir, aber wir haben mit Konzepten und auch mit Lernkulturelementen ihn unterstützt und ich werde tatsächlich, das darf man ja heute gar nicht mehr so ganz laut sagen, in zwei Wochen oder in gut zwei Wochen nach Indien fliegen und da die erste Kohorte bei ihrem letzten Modul begleiten, also ich bin da eine gute Woche in Indien bei ihm und mache dann auch das letzte Modul mit ihm. Ja, dann unsere, ja, wirklich für uns wichtige Säule der Alumni-Netzwerkarbeit, die verschiedenen Sachen kennt ihr auch vom Lesen, das Mastertreffen, die Mastergroup, das Pionierlabor, was im Januar wieder stattfinden wird, wo wir Menschen aus dem Netzwerk einladen, gelungene Beispiele, Pionierbeispiele, Pionierprojekte auf die Bühne zu bringen und mit anderen daran weiterzulernen. Unser ISB Nordsymposium, an dem ihr auch hier schon wart. Dann unser Entwicklungsformat, das ist Open Innovation, da gab es diese drei Themen schon, systemische Strategiearbeit war das erste, Digitalisierung und Beratung letztes Jahr, wo auch Nadine und Carsten mit in der Vorbereitungsgruppe waren und dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, im April wollen wir die nächste Form dazu machen, nämlich zur Zukunft der Beratung, also integrierte Arbeit von Fach- und Expertenberatung mit systemischer Beratung. Vieles läuft da immer noch auf unterschiedlichen Ebenen oder in unterschiedlichen Feldern und wer, also ich beschäftige mich auch persönlich schon länger damit, wie wird das eigentlich schulenübergreifend zunehmend notwendig sein, Beratung so zu denken und nicht zu sagen, erst kommen die McKinsey's und danach kommen irgendwann die Systemiker und machen noch ein bisschen Kulturarbeit, etwas schablonenartig. Aber wie muss das eigentlich zusammenwachsen? Professional Groups sind ja Angebote, wo wir in strategischer Partnerschaft mit Leuten auch aus dem Netzwerk bestimmte Sachen anbieten und dann war ja hier dieser Afternoon-Tisch schon angesprochen, der grüne Schwan, da ist er. Klar, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Wir werden mit Judith Schmitz Unterstützung, die ja auch mittlerweile eine Rolle hat in der Stiftung und im ISB, unseren Footprint ermitteln. Für uns als Organisation, als ISB, GmbH und Stiftung werden das kompensieren, also wollen auch da auf Klimaneutralität stellen und sind selbst dabei, viele Prozesse zu überdenken. Also erstens, wie können wir Stromverbrauch einschränken, wie können wir unsere, wir hatten das vorhin mit Wolfgang, wie können wir einladen, dass man mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, Fahrgemeinschaften bildet, also die Frage auch nochmal ins Licht holen, wie kommen die Teilnehmer eigentlich in die Curricula, wie reisen sie an? Und ja, also über so ein Format wie ein Afternoon-Tisch, also so ein ganz kleines, niedrigschwelliges Format von zwei, drei Stunden, auch immer wieder zum Dialog dazu einladen und das passte dann ganz gut vorhin auch zu dem, was wir in unserer Gesellschaftsgruppe vorhin besprochen haben, wie können wir das Netzwerk für diese grüne Idee nutzen. Also auch da seid ihr jederzeit eingeladen, die Barbara, wo ist sie, war letztes Mal auch virtuell dabei mit einer Videokonferenz, was glaube ich gut geklappt hat, also zumindest wir konnten dich gut hören und du uns hoffentlich auch. Also experimentieren auch mit Formaten, dass man nicht jedes Mal vor Ort sein muss, sondern sich dann dazu geben kann. Und es zeigt immer wieder diese Idee von, wir wollen Dialogräume eröffnen und zum Dialog einladen, ohne dass wir immer schon die Botschaft kennen oder da irgendwas Besonderes wissen, sondern eher die Möglichkeit bieten, im Netzwerk das zusammenzulegen, was schon da ist. Ja, dann diese Folie mit den Lehrtrainern, war heute Morgen die Frage, was ist das Übergangserlebnis dieses Jahr. Für mich war das dieses Jahr dieser Übergang, das habt ihr vielleicht auch gelesen, wir haben einen ganz wesentlichen Übergangsschritt gemacht im Frühjahr, indem wir nämlich die langjährigen, sehr langjährigen Lehrtrainer verabschiedet haben, die jetzt aufhören und haben neue dazu berufen. Das war beim Lehrtrainertreffen auch rituell ein ganz wichtiger Schritt für uns. Das waren ja Kollegen wie die Dörter, die seit 40 Jahren mit dem Band verbunden ist, seit glaube ich über 30 Jahren im ISB gelehrt und gearbeitet hat. Angelika Lehnen, Andreas Kannig, der letzte Woche seinen letzten Baustein hatte, seinen letzten ordentlichen Baustein. Das ist also der erste dieser Generation, der wirklich seinen letzten Baustein jetzt schon gemacht hat. Und ja, dann wirklich bei diesem Lehrtrainertreffen die bisherigen, jetzt scheidenden Lehrtrainer auch verabschiedet aus dieser Rolle und neue berufen. Unter anderem auch den Hanno, den ihr hier seht. Ja, also das war für uns ein ganz bedeutender Schritt, weil das nicht oft passiert. Ich weiß nicht, ob ich so einen Übergang, wenn ich so lange am ISB noch sein werde, nochmal erlebe. Das ist, klar, das ist für uns ein ganz bedeutsamer Schritt gewesen. Jetzt zum Thema Digitalisierung noch ein paar Sätze. Wir werden zum 1. Januar zum ersten Mal eine ITlerin fest anstellen, was auch was sagt für uns. Also wir werden nach wie vor an diesen technologischen Themen auch arbeiten. Wir kommen da nicht dran vorbei. Und wir haben mit der Heidi Wetzel, mit der wir jetzt diesen ganzen Campus entwickelt haben, auch gesagt, die stellen wir wirklich an, weil wir diese Kompetenz auch im Haus brauchen wollen oder brauchen und auch haben wollen. Diese verschiedenen Sachen kennt ihr. Den Campus, den wir jetzt ja neu aufgebaut haben mit vielen Recherchemöglichkeiten, mit einer sehr, wie ich finde, sehr gut funktionierenden Suche mittlerweile. Und auch viele von euch nutzen das ja. Wir haben es ja im letzten Master-Krückler immer wieder gehört, wie ihr das nutzt. Die Open Toolbox, eine klare Open-Source-Policy, das Verbinden von Video und Inhaltsslides. Und was wir jetzt noch mal neu dazu genommen haben, ist jetzt ganz jung, ja auch seit Mittwoch. Wir haben jetzt diesen bisherigen Netzwerkverteiler in den Campus integriert. Es ist leider so, dass es technisch noch nicht so läuft, wie wir es wollen. Wir haben vielleicht am Mittwoch, manche von euch am Mittwoch eine Mail bekommen. Vielleicht mal kurz mit der Hand. 17. Ja, es gibt gerade welche, die haben 80 Mal diese Mail bekommen. Also da seht ihr, da ist, obwohl wir viel getestet haben, wir haben glaube ich ein Dreiviertel bis Jahr daran gearbeitet. Jetzt technisch noch was, was noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber zukünftig wird es so sein, dass ihr dieses ganze Mail-Verteilersystem im Campus finden werdet. Dort wird es auch archiviert. Das heißt, ihr müsst es auch nicht mehr auf eurem Client speichern, sondern ihr könnt dann mit einem Single Sign-On in den Campus gehen und dort auch die Netzwerknachrichten lesen und könnt sie dann auch über diese Suchfunktionen recherchieren. Also wenn ihr in den Antworten von Netzwerk-Mails suchen wollt, dann könnt ihr das zukünftig auch im Campus tun. Das heißt, wir machen da wirklich alles unter ein Dach. Das hat uns eine enorme Entwicklungsarbeit gekostet und auch, ja, wir ringen da immer noch, Almut war da auch sehr mit beteiligt, wir ringen da noch mit kleineren Themen. Naja, also an der Grundsystematik wird sich gar nichts verändern. Das soll, wenn es jetzt dann nächste Woche läuft, hoffentlich so sein, dass das nach wie vor funktioniert wie bisher, dass man eine Mail schickt an dieses System, das System verteilt ist und die, die dann antworten wollen, antworten demjenigen. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt auch in den, also in den dann laufenden Mails recherchieren kann und wir haben die Mails fünf Jahre zurück da auch importiert. Also fünf Mails, die in den letzten fünf Jahren gelaufen sind und die jetzt noch von relevant sind. Also jetzt eine Stellenanzeige von vor drei Jahren, das haben wir dann nicht mehr importiert, aber die, die halt inhaltlich relevant sind, die würdet ihr da dann auch finden. So, jetzt noch Blick auf die Zeit. Wir bauen, das ist ein großes Projekt natürlich, das könnt ihr euch vorstellen. Das wird uns hoffentlich bis Ende 2021 beschäftigen, dann wollen wir es in Betrieb nehmen. Also die Bagger laufen, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. So sieht das ganze Ding von hinten aus. Da steht die Scheune noch, die Weichenmuster. Das ist ganz in der Nähe von vom bisherigen ISB, vielleicht 200 Meter Luftlinie, ein altes Bauerngebäude. Das ist die Heuscheuer, die wir erstens am Anfang nutzen wollten und da rein bauen wollten. Das haben wir dann irgendwann in Absprache mit dem Architekten dann doch gelassen als Idee, weil das zu aufwendig und zu risikobehaftet ist. Wir haben dann entschieden, die Scheune abzureißen. Da seht ihr, wie nur noch das Gerippe steht. So sieht es jetzt aus. Also die Scheune ist weg. Da vorne, also hinter dieser Häuserzeile ist die Dielheimer Straße. Also wenn man quasi vom Institut weiterfährt, an der Straßenseite stehen diese zwei Häuser. Das ist der Bestand, der bleibt auch stehen. Da werden wir sanieren und werden die Verwaltungsbüroräume reinmachen. Und dahinter, also dort wo jetzt der Fotografierende steht, ist ein traumhafter Garten. Das ist jetzt noch ein Stück weiter weg. Da seht ihr noch den Bagger. Also das ist ein ganzes Stück, die Hälfte ungefähr dieser Wiese gehört noch dazu. Und diesen riesigen Grünraum, den werden wir natürlich nutzen, dann auch für die Seminarteilnehmer und für die Gruppen. Bäume pflanzen. Bitte? Bäume pflanzen, ja. Genau. Ich kenne da eine Organisation. Ich mache euch ein Walter. Und dass ihr jetzt mal so eine Idee kriegt, so wird das aussehen. Also das sind die zwei Bestandshäuser, die ihr gerade gesehen habt, an der Straße vorne. Hier wird der Eingangsbereich sein mit so einer Glasüberdachung und dann kommt ein Flachbau, also ein Parterre, komplett barrierefrei. Und so zeltartig zwei Seminarräume mit so einem Art Zirkuszeltdach versetzt mit Gruppenräumen und dann einer Terrasse, die da hinten angedeutet ist, mit dem Übergang in diesen riesigen Garten. Also so komplett nach hinten ausgerichtet in dieses Grün. Manche kennen von euch wahrscheinlich diesen Radweg, den man zum Paladin fahren will. Und da entlang geht es dann. Das ist der Grünteil. Also das ist jetzt die Seitenansicht von der Ostseite. Und daneben, also auf der Seite Parkplätze, da muss man ja heutzutage viel, auch nach wie vor Parkplätze vorhalten. Also das ist die Idee. Zunehmend weniger hoffentlich, die wir nutzen müssen. Ja, jetzt noch so zum Abschluss inhaltlich ein paar Sachen. Ich habe letztes Jahr schon angesprochen, dass der Bernd an so einem Compendium arbeitet, ISB-Modelle auf Englisch mit dem Springer-Verlag. Das verzögert sich leider von der Veröffentlichungsseite, weil die da nicht so vorankommen, wie wir das wollen. Aber es wird dann erst mal ein Compendium der Modelle auf Englisch geben und parallel oder versetzt als Publikation dann auch auf Deutsch. Texte zum Milieu nochmal als Thema und zum Thema Verantwortungsgemeinschaften. Wir arbeiten an einem Buch zu systemischer Strategiearbeit, also eigentlich zwei Büchlein in dieser Essentials-Reihe und das alles mit dem, also hauptsächlich mit dem Springer-Verlag in Heidelberg, mit dem wir da verschiedene Sachen, also diese Sachen jetzt als Buchprojekte am Entwickeln sind, außer das Lesebuch-Lernkultur, das wird auch in einem eigenen Verlag erscheinen. Ja. Und was wir so als Ausblick vielleicht noch vorhaben, stärker ist, dass wir die dahinter, also hinter den Kunden, hinter den Teilnehmer stehenden Organisationen noch stärker ansprechen wollen. Also bislang haben wir ja im Netzwerk ein sehr stark personengebundenes Netzwerk. Die Leute, die bei uns waren in den Weiterbildungen, die nehmen wir in unserem Netzwerk auf. Was wir noch nicht so stark machen und das werden wir vertiefen, ist die dahinterstehende Organisationen als Kundenorganisationen ansprechen. Und da haben wir zum Beispiel nächstes Jahr so ein Format vor, das nennen wir Corporate Exchange, wo wir speziell unter Unternehmensvertretern ein Dialogformat ausrichten. Bislang haben wir diese Formate nicht begrenzt. Da kommen dann sowohl Berater als auch Coaches, als auch Unternehmer, als auch Organisationsinterne. Und da wollen wir ein eigenes Format anbieten zum Thema Vertreter von Unternehmen, tauschen sich aus, rollenbezogen, HR Business Partner zum Beispiel, oder themenbezogen natürlich auch, kann man es auch aufhängen. Ja, ich glaube, das war es schon. Gut. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.